Hey Vardys, es wird so kalt, manch braucht ein Hoodie. Ich sag dir ehrlich, nicht nur ein Hoodie brauchst du, sondern ein passender Paar Sneaker brauchst du auch. Aber, wenn du schon ein Hoodie brauchst, dann würde ich dir den Azur Vardy Team Hoodie vorschlagen. Der ist jetzt letzte Woche rausgekommen und seit letzter Woche tatsächlich der Topseller. Checkt gerne unseren Azur Hoodie ab.